Meine Damen und Herren, es ist großartig, dass ihr euch heute hier mit uns zusammen habt bei der größten Show, die ich immer gemacht habe, Berlin-Bohem. Danke, danke. Ich habe hier gerade den besten Mann aller Zeiten mitgebracht im Gepäck, er muss leider gleich weg, aber er wird die größte Laudatio aller Zeiten halten über das ganze Thema und zwar Olli Schulz, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Tag, beziehungsweise wunderschönen guten Abend. Olli, willst du neben mir stehen bleiben? Nee, das ist unangenehm. Olli, hau mal lieber ab. Olli, hau mal lieber ab, ich halte jetzt eine Laudatio auf dich. Nee, halt die Ohren auf. Herzlich willkommen, Oliver Rath. Applaus für Oliver Rath erstmal. Ich schaue hier an viele einfache Gesichter, deswegen gebe ich mir Mühe, deutlich und einfach zu reden. Oliver Rath ist in den letzten vier Jahren durch diese Hauptstadt gerannt und hat alles fotografiert, was keinen Rang und was keinen Namen hat. Und das hat er gut gemacht. Selbstversteller, schöne Menschen, hässliche Menschen, verstörende Menschen und er ist mit einer Hochgeschwindigkeit durch Berlin gerast und stellt heute seinen ersten Fotoband vor. Sie haben heute die Möglichkeit, sich das anzugucken. Sie können das alles wahnsinnig geil oder scheiße finden. Sie können wieder eine Haltung aufbauen dazu. Sie können Ihre eigenen Befindlichkeiten rauspressen und sagen, das ist ja so wie der und der Fotograf. Oder irgendeine Scheiße, die Sie jemals nicht irgendwo angeguckt haben. Sie können aber auch einfach mal mit offenem Herzen sich ein paar Fotos angucken und diese fantastischen Malereien und dann selber entscheiden, ob das jetzt geil oder scheiße oder einfach nur okay ist. Jedenfalls, die Gratwanderung zwischen Gewinner und Verlierer ist viel knapper als man denkt. Viele Jahre dümpelt man rum, baut scheiße, macht so seine Sachen und ab und zu hat man mal Glück und hat eine gute Strähne und dann hat man wieder eine schlechte Strähne. Mal so, mal so, mal so und in der Mitte hängt das Segen, genau. Es gibt also immer wieder die Möglichkeit, sich selber zu pushen, nicht nur mit dem BH, so Push-Up-mäßig Michaela Schäfer. Nee, die braucht ja gar keinen. Herzlich willkommen Michaela Schäfer hier heute, splitterfasernackt, wie sich das für eine amtliche Eröffnung gehört. So, damit ich diese einfachen Gesichter nicht weiter strapaziere, sage ich folgendes. Ich kann über Oliver Rath nur sagen, dass er brennt für das, was er macht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fotografie, deswegen bin ich genau der Richtige für diese Laudatio. Also, genießen Sie einen Abend mit einem Wechselbad der Gefühle, topfen Sie sich selber ab und zu mal ein bisschen um, schauen Sie mit einem offenen Herzen sich seine Arbeiten an. Ich finde sie fantastisch. Schauen Sie sich diese vier Menschen an einmal ganz kurz, spenden Sie Applaus für dieses fantastische Bild. Und vor allem eins ist wichtig, lassen Sie sich nicht verarschen von sich selber. Ja, schauen Sie sich die Fotos an und ich bin sehr stolz, dass ich jetzt hier reden darf, weil es kein Foto von mir dabei ist, mir kann nichts passieren. Also, ich habe ein Zitat gesagt. Für mich ist Oliver Rath ein Bleigießer unter den Fotografen, weil sich seine Bilder schön in den Kopf reinkippen und dann lange drin bleiben. Also, nicht so viel saufen heute Abend. Fotos anschauen, Malerei anschauen, einfach auch mal ein bisschen cool sein. Nicht immer nur mit seinem besten Freund rumlabern von wegen, ja das ist ja so wie Helmut Newton oder so eine Scheiße. Helmut Newton war auch geil, ist aber tot. Und irgendwann ist Olli tot und ich auch. Und ihr alle seid auch irgendwann tot. Toter als Asche. Genießt den Augenblick, feiert heute ein bisschen. Seid herzlich willkommen, viel Spaß mit Oliver Rath und seiner Arbeit. Und letztes Eröffnung. Und Sie dürfen jetzt an die fancy Gästeliste gehen und sich irgend so ein geiles Band um den Arm binden lassen und dann irgendwie so VIP-mäßig rumlabern mit so geilen Freaks. Ich muss jetzt nach Stockholm. Tschüss. 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 Vielen Dank.